Hallo zu dritten von Roblox Bluttenleit mit der Kreis wieder der Säte ja ich glaube in den Projekten das ist es in der Mitte 10 6 die vorhanden sind aufgabe Nummer eins wir gehen direkt aus dem Weg aus dem wieder den Umweg immer den umweg häftling versucht zu fliehen habt ihr neun schon in der hand häftling fliegt häftling fliegt ja oh häftling fliegt überlüftung häftling fliegt überlüftung lüftung meinst du nicht kanalisation nein über die lüftung in der cafeteria kann man fliegen ja da kann man durchlaufen auch der herr sie wollen wieder ins gefängnis rein kann ich einrichten oder er sie sind fest ob jemand der versucht hat auf dem festgenommen wo hier ist jemand hier ist jemand hier ist jemand der will ins gefängnis rein nicht mit mir der herrn er kommt er kommt auf der kreuzung hat stellt sich mit der kreuzung komm mal bitte der ist aber bewaffnet ich wurde gerade erschossen Achtung Achtung da läuft zum Tor da läuft zum Tor wo muss der schossen brechen gerade welche ein wenn das überhaupt geht geht man kann einen brechen um andere rauszuholen oh Gott da stehen Leute mit der kreuz wo vor meinem Gesicht da hat sich mal durch die Wand geklitscht was ein Bastard ach da kommt der kreuzung reporten taser ihn der schießt hier zweimal mit der Remington und ich bin tot das hätte ich vielleicht auch machen aber nur den Umbrit der ist im Kommen ah erzählt man sich auf den Boden das ist jetzt schön zu wissen hier sind drei Wachen vor mir ich bin ich bin in ein gefangenen Haus gefangen bin gefangen Hilfe wow wo bist du ich bin hier gerade in diesem Torhaus die schießen rein Claudia schießt mich gerade ah 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 mal Hilfe bitte ich stehe mir mit dem Wachen Claudia mit der Schossen Claudia ist gravidell so Claudia ist hier jetzt gleich tot nicht dicht ah ah was Claudio die Hande Kika die mir bringt mich um wo ist Claudio wo ist Claudio ich will jetzt Claudio einen habe ich ausgeschaltet ey hilf mir aber wir sind zwei Leute mit Shotguns vor der Tür und wollen mich umbringen zweiten habe ich ausgeschaltet durch Türen kannst du nicht schießen was kann ich nicht der Typ kann durch Türen nicht schießen ich kämpfe gerade Hilfe bitte ah nächster ausgeschaltet fest nee nicht töten warum denn das sind Insassen die darf ich auch töten wenn nicht schießen jetzt kann ein Geist einfach neben mir jetzt gehe ich wieder raus aus dem Gefängnis oh Claudio ist neutral oh Claudio ist Gott ich habe ihn umgebracht scheiße ich habe den fast umgebracht also einen habe ich umgebracht und da kam noch ein zweiter den habe ich passt komm mal bitte kommen bis jetzt zum Torhäuschen die was die wollen gerade ein Gefängnis einbrechen wir jetzt gefangen wie du jetzt gefangen werden jetzt gefangen wir sind immer wachen Claudio ist einfach ein Mail lass mich raus lass mich raus lass mich raus und Jürgen jemand fliegt jemand fliegt mit Hilfe eines Garz ja ja okay und er lässt sich jemand fliegt jemand fliegt komm 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 Claudio fliegt mein Freund Alter ich wieporte euch ah danke Claudio Claudio ich wieporte dich warum weil man das was darf man nein natürlich es gibt sie in Regeln dagegen Claudio Claudio hört dich nicht wenn wir zwar so bin ich kriminell du musst auch kriminell werden ja dann lass mich jetzt mal raus das ist ja nicht frei ich gehe jetzt diesen Ding wo man zu kriminell wechselt wird stimmt ach da vorne außerhalb hier das hätte ich eigentlich warum sagt nicht Bein geht sie zum zu den AKs weil sie eine Typ speak English nein du bist englisch so du kannst nicht sprechen ich bin nicht erschießen ich habe keine Weapons ich gehe aus dem Haus wieder raus ups Claudio nein Claudio Claudio hat mich festgenommen gut ha Claudio wird erschossen Claudio wird erschossen ja ja das ist ja so wie kann ich jetzt fliehen wo ist sie hier wo ist sie hier wo kann ich denn Lüftungsschiff kein Lüftungsschiff ich kann nicht raus ey ich kann gar nicht raus ich kann nicht raus die schießen uns sind ich kann nicht raus die schießen uns sind Hammer Toilette kaputt machen wie meint die Toilette kaputt wo ich jetzt mein Hammer wo griechen kann man ein Hammer her da wo ich jetzt hinlaufen um kümel zu werden nein in den Hof der Sport immer bei voller Uhrzeitenhof Mann wenn die Frauen wenn die von ausländen kann ich nicht zu kümel wechseln jetzt erstört grad jemand ne Toilette psst ich warte mal mit ihm hier in seiner Zeit dass ich nichts sagen sollen was denn er hat aufgehört das zu machen war die zelle oben oder unten nimmst du nicht fest das ist mein Freund ich weiß gar nicht wo ich grad bin ich leite jetzt auf die Mauer spring runter und chase zu Kriminal die zelle hier tauchen hepp 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 ich vermisse unsere Zeiten als wir beide Wachen waren ich werde gleich wieder Wache in der nächsten Folge weil meine Folge zusammen anfangen ja da siehst du bist du das die Wache da ja lass mich lass mich bitte warum bist du so schnell lass mich bitte lass mich bitte bitte lass mich bitte lass mich ich ich sprinte der Herr warum kann ich bitte voll und für Vorteile Sprinten kann man am Handy nicht machen bis jetzt machen wir noch nicht ich will jetzt ich will jetzt ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Kriminal wer aber auf dem Weg erschießen mich bitte nicht nicht ups ah ich hab jetzt ein Auto jetzt kannst du mir sowieso nicht haben und plötzlich stand fahren ich den Polizisten kutschieren ja ja klar ich will den Kriminalplatz wird doch kein Krim kein Polizisten zu unserem Geheimversteck ich weiß doch was ist ich muss ja aber realitätsnahe denken ich schieß die erstmal jemand auf mich ich nicht ich gehe garantiert nicht in die Zelle ich bin ja kein Prisoner Breakfast get your mandatory breakfast in the cafeteria die 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 Städte immer schießt mich jetzt muss ich nur mal und das Team gezeichnet wir nehmen sich nur auf hochladen allerdings durch diese hochladen in Deutschland ja was das Ding keine Ahnung ich habe aber nicht sehen wollen keine Ahnung ich bin kein Problem es ist langweilig er entspannende spiel machen die die New York die Transport und und gefällt nur mit Gefängigstüren hey mein auto du klaust mir mein auto du steigst doch nicht hinten bei den fremden typen ein doch jetzt aber mein nein er führt mich dann hier ein ich bin der einzige ich bin ich bin gerade mein tod in kommen er hat eine wache umgebracht ob claudio wollte auch kriminell werden aber aber es wird ein auto gespawnt ich glaube ich sei mit geworden hallo denn ich war fahre erst mal wie ich glaube du klickst wieder am lieb ich habe einen bunker gefunden ja das ist doch nicht meine was kann man hier finden ich bin da ist nicht drin aus dem und wo ist es genau keine Ahnung die den Autoren und nicht aus hallo wer möchte mich hier erschießen ach der her ach bitte nicht auf kriminell am akka die sind ein bisschen verrückt im kopf rorsch und auch klar und ist wird geworden ich stopp das mal netterweise claudio sind ich bin so dass die nicht mehr kommen glaubt es einfach auf das gute kriminell ich bin ich bin schüttelst